Warum schlägt man einen Nagel durch zwei Hände, die sich nicht suchten? Eine Hand, zwei Hände. Hier, hier, hier! Der Mensch muss denken. Und ich muss für meine Untertanen denken. Denn sie denken nicht. Sie denken nicht. Ich stülfe mich jeden Tag 24 Mal herum wie einen Handschuh. Oh, ich kenne mich. Ich weiß, was ich in einer Viertelstunde, was ich in acht Tagen, was ich allein um Jahre denken und träumen lerne. Gott, was habe ich denn verbrochen, dass du mich wieder in den Schulen buchst? Meine Lektion! So oft! Herr Sagen, nein! Du liebst mich! Ein, warum nicht? Und immer? Das ist ein langes Wort. Immer. Heiplatten! Heiplatten! Mmmm. Mmmm. Bis zum nächsten Mal.